Herr Röhrig, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, heute bei dem Studientag dabei zu sein. Sie haben ja ein wichtiges Anliegen mitgebracht. Sie haben mit Bischof Ackermann eine Vereinbarung unterschrieben. Worum geht es da? Die Vereinbarung, die soll sicherstellen, dass der Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt verbessert wird und dass die Kinder vor allen Dingen im katholischen Bereich auch gute Hilfe bekommen, wenn sie sexuelle Gewalt außerhalb der Kirche erleiden, sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche wenden, um Hilfe zu bekommen. Es ist wichtig, dass Kinder, die beispielsweise Missbrauch im familiären Bereich oder durch Gleichaltrige oder durch digitale Medien erleiden, dass sie eine gute Unterstützung auch in dem katholischen, im kirchlichen Bereich bekommen. Die Vereinbarung ist das eine, die darf natürlich nicht in die Schublade gelegt werden, sondern die muss umgesetzt werden. Und da ist es jetzt zum Beispiel wichtig, dass das Vorhaben, dass Schutzkonzepte in allen katholischen Einrichtungen in Deutschland zur Anwendung kommen, dass das jetzt tatsächlich umgesetzt wird. Wir haben vereinbart, dass eine große Fortbildungsoffensive fortgeführt wird und verstärkt wird und das muss natürlich jetzt in die Tat umgesetzt werden.